Kapitel 7. Ja, ich meine, das sind zehn Stück, glaube ich, ne? Ich meine, das wird aber gleich direkt speichern. Immer diese Abstürze bei jedem Kapitel. Wohl an, denn. Als erstes müssen wir ein sicheres Lager errichten. Man kann nie wissen, was in den Schatten auf uns lauert. Safe game erstmal. Ich stehe für das Licht. Für die Ehre. Für die Ehre. Für meinen Vater, den König. Kann ich gar nicht. Spürt meinen Zorn. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Natürlich. Gewiss. Ein solider Plan. Natürlich. Gewiss. Jetzt wird gerichtet. Ein solider Plan. Für die Ehre. Natürlich. Ein solider Plan. Für die Ehre. Eistrolle. Ihr habt das Licht verraten. Gewiss. Gewiss. Ein solider Plan. Gewiss. Oh, ist ein paar viele hier. Natürlich. Aber ich kann immer die Verteidigungshaltung benutzen. Danke für gar nichts. für euch gibt es keine Rettung mehr. Ihr habt das Licht verraten. Ich bin bereit. Ist jemand verletzt? Für die Ehre. Absolut. Wir haben einen Heiler, ne? Natürlich. Ach, eine Goldmine. Hier schlagen wir unser Lager auf. Wir werden angegriffen. In Deckung. Pest und Hölle. Ihr seid gar nicht untot. Ihr lebt ja alle. Muradin? Muradin Bronzebad, seid ihr das? Verdammt, Junge. Niemals hätte ich gedacht, dass ihr es seid, der zu unserer Rettung kommt. Rettung? Muradin, ich wusste nicht einmal, dass ihr hier seid. Ach, einerlei, Junge. Ich kann eure Hilfe gut brauchen. Meine Gefährten und ich wurden angegriffen und voneinander getrennt. Ich bin für jede Unterstützung dankbar. Natürlich helfe ich euch, Muradin. Gehen wir. Yeah, wir haben einen Stützpunkt. Nice. Besteht Gefahr? Das Licht ist meine Stärke. Ein solider Plan. Oh, ihr seid es. Ich bin hier, um zu helfen. Da, brauche ich immer noch einen Typen hier, der mir mal ein bisschen was repariert. Unsere Schreikräfte werden angegriffen. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Ich stehe für das Licht. Jetzt wird gerichtet. Gewiss. So, du wirst jetzt auch erstmal reparieren hier. Nein, er hat mir meine Mitarbeiter getötet, du Arsch. Ich glaube, ich bin in der Kolbenmine genug. Einsatzbereit. Das Licht ist meine Stärke. Den kann ich nicht halten. Natürlich. Für die Ehre. Gewiss. Ja, mein Leben. Besteht Gefahr? Bereit zur Arbeit. Die Gerechtigkeit wird siegen. Einsatzbereit. Besteht Gefahr? Ja, machen wir sofort. Wir machen gleich mehr Hilfe. Ich brauche erst mehr Holz. Aber immer ein von denen hier. Ich gehe doch noch mal. Ich rufe euch an. Ich stehe für das Licht. Ein solider Plan. Ein solider Plan. Gewiss. Natürlich. Ja, mein Lord. Das Licht ist meine Stärke. Ich bin hier, um zu helfen. Unsere Stadt wird verlagert. Auch nö. Nö. Uncool. Uncool. Das Licht ist meine Stärke. Das Licht ist meine Stärke. Besteht Gefahr? Arbeit ist vollbracht. So, komm mal hier runter, kann ich dich verbessern? Irgendwie reparieren oder so? Ist da jetzt eine 4 dran, ne? Mehr Arbeit ist vollbracht. Was? Opulär repariert ihn direkt sehr schön. Es ist mehr Holz erfahrerlich. Weiter, wir brauchen mehr Holz. Ich stehe für das Licht. Geh mal Gas. Hä? Ja, ja, reicht. Forschung abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Die Gerechtigkeit wird siegen. Für die Ehre. Ein solider Plan. Für die Ehre. Natürlich. Von wo kommen die denn? Ihr müsst doch von irgendwo von hier kommen, ne? Lass mal euch mal da stehen. Los! Sag das Zauberwort. Wer ist mit, bitte? Einsatzbereit. Mal eine kleine Verteidigung hier aufbauen. Ja, das ist ja Katastrophe hier gerade. War zu wenig Holz. Wer, Harboid? Einsatzbereit. Na gut. Was ist? Was braucht ihr? Schicken wir euch mal auf Patrouille, würde ich sagen. Verstanden. Das Licht ist meine Stärke. Gewiss. Na, guck mal, es kommt ja mit Flugeinheiten. Für die Ehre. Ich stehe für das Licht. Ja, wir brauchen auch noch Scharfschützen, sehe ich gerade. Ausbau abgeschlossen. Unserer Streitkräfte werden angegriffen. Ansonsten haben wir ein Problem. Ja, mein Lord. Die Rahmen von... Richten. Richtig. Und die kann ich erst bauen, wenn ich die Schmiede habe. Besteht Gefahr? Arbeit ist vollbracht. Bereit zur Arbeit. Die Gerechtigkeit wird siegen. Los. So, du kannst du mal ein Alter der Könige schon mal bauen. Ich geh dann mal. Womitig mehr Holz. Ich bin hier, um zu helfen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da einfach rüber gehen kann, aber ich glaube, das wird mit den Einheiten ein bisschen schwierig. Jetzt wollen sie noch ein Schloss, damit sie noch mehr tragen können. Das ist einfach zu wenig, was sie tragen gerade. Komm, wir gucken einfach mal, ob wir da drum was anrichten können. Müssen wir denn rüber. Ja, okay, da würde ich schon die Mörser ganz gerne mitnehmen, brauchen wir gar nicht gucken. Da brauchen wir gar nicht gucken, da würde ich die Mörser auf jeden Fall haben. Und ein paar Scharfschützen werden auch nicht verkehrt. Das Licht ist meine Stärke. Ausbau abgeschlossen. Du kannst gleich noch ein paar Wachtürme bauen. Richtig. Ja, mein Lord. Ja, uns mangelt es gerade irgendwie nur am Holz, sehe ich gerade. So, wir brauchen, wo kriege ich die denn hier? Brauche ich die Burg für? Okay. Es ist mehr Holz erforderlich. Ich stelle hier nochmal ein Säge weg, hier, dass die nicht gleich so weit laufen brauchen. Hey, Dude, komm mal hier. Pack mal hier mit an, damit das schneller geht. Arbeit ist vollbracht. Forschung abgeschlossen. Damit das hier ein bisschen zügiger funktioniert hier. So. Da brauche ich die Schmiede für, genau. Ja, hier, mach mal mit hier. Was ist für mich zwar mehr Geld, aber es ist egal. Wir brauchen noch 300, 230 für die... Für die Schmiede. Ja, für das Schloss. Arbeit ist vollbracht. So, das müsste ich wesentlich mehr Holz bekommen. Jetzt brauche ich aber noch einen, mit dem wir gleich ein paar Hilfe bauen können. Arbeit ist vollbracht. Bereit zur Arbeit. Ich stehe für das Licht. Mehr Arbeit. Weil die brauchen wir auch auf jeden Fall. Na gut. Na gut. Und dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir... Ja. Mangel gerade an Holz. Ausbau abgeschlossen. Ja. Ich bin hier, um zu helfen. Arbeit ist vollbracht. Ja, stimmt. Ich muss noch die Schmiede bauen. Gut, bauen wir mal noch eine Schmiede hier. Wo bist du? Die Schmiede errichten. Machen wir mal noch eine. Arbeit ist vollbracht. Du hefft dann mal mit hier, damit er schneller geht. Die Gerechtigkeit für Sie. Abgeschlossen. Das Licht ist meine Stärke. Besteht Gefahr? Das Licht ist meine Stärke. Gewiss. Wo habe ich denn unseren anderen hier? Die Gerechtigkeit wird Sie haben. Ja, mein Licht. Ich stehe für das Licht. Komm, wir gehen mal gucken hier. Das ist auch sonst zu lange. Ein solider Plan. Natürlich. Gewiss. Ausbau abgeschlossen. Gewiss. Ich muss so viel gar nicht haben hier. Mach mal noch ein paar Wachtürme hier. Ich geh dann mal. So, du kommst. Da sind sie. Und sie werden immer noch von Untoten angegriffen. Los Männer. Die Zwerge brauchen Hilfe. Elender Kerl. Das ist alles hier? Ich dachte, das ist wesentlich schwer. Sag das Zauberwort. Schicke ich die mit da rüber. Natürlich. Ich bin hier, um zu helfen. Arbeit ist vollbracht. Besteht Gefahr? Ich stehe für das Licht. Das heilige Licht. Hust, Hust. Irgendwie habe ich momentan Probleme mit der Stimme. Jetzt wird gerichtet. Geladen und endlich ab. Ein solider Plan. Hier muss ich mal gar nichts verstecken. Mach das Lager dem Erdboden gleich. Das ist aber nicht, ob ich so viele Leute da reinkriege. Hier ist der Flugplan. Gehen wir kämpfen. Was braucht ihr? Besteht Gefahr? Könnt ihr mal einen Klopp. Das ist voll sich. Das Licht ist meine Stärke. Ja, mein Leben. Ja, Harbold. Geladen und endlich ab. Ja, machen wir hier noch ein paar Türmchen hier. Ja, mein Lord. Harbold ist vollbracht. Ich bin euer Schiff. Befehle. Die Gerechtigkeit wird siegen. Befehle. Ja, mein Lord. Ich gehe dann mal. Geh mal Holz packen. Dann machen wir das noch mit rein. So, bei euch. Wir brauchen auf den Fall hier. Aber da habe ich schon die Schmiede. Die hätte ich gar nicht machen brauchen. Großartig. Hier habe ich auch noch einen hier. So, nee, nee. Warte mal. Den machen wir hier. Reparatur. Richtig. Ich bin hier, um zu helfen. So, aber egal. Das ist dann kann man mal freudig anknopfen. Gewiss. Das Licht ist meine Stärke. Du willst nur, ich habe da nichts gegen Fluteinheiten. Hehehe. Die Gerechtigkeit wird siegen. Wir haben aufgeschlossen. Forschung abgeschickt. Wir haben aufgeschlossen. Traurbar aus. Was braucht ihr? Wir brauchen gar nichts. Du kannst bei mir hier rüber kehren. Wo sind die hier? Da. Wie ist der Flut? Ich will das Lüften jetzt eigentlich ohne Probleme schaffen, denke ich. Ja, du nicht. Du kannst Holz hacken hier. Was ist? Na gut. Start frei. Du holst mir einen Ort. Wie geht? Aber ich habe den Typen mit drin. Ich stehe für das Lächter. Da brauche ich euch auf die Reihe. Unsere Goldmine gibt hier. Ich kann hier wieder sehen. Es ist egal, ob die viel hergibt oder nicht. Wir sind ja gleich durch. Es ist meine Stärke hier. Forschung abgeschlossen. Da kommt meine Hassmission. Ich habe überhaupt nicht gerne Spiel. Ich bin hier um zu helfen. Ihr habt das Licht verraten. Rackt das Zauberbaum. Wohin? Hier ist der Flugplan. Ja, mein Leben, Schell. Die Gerechtigkeit wird siegen. Elender Kerl. Ja, mein Leben, Schell. Zu den Waffen. Angriff. Und er kämpft einfach mittel zum Holzwindel auf dem Rücken. Er ist bester Mann, ey. Nun denn, Moradin, was treibt ihr eigentlich hier oben? Nun, Junge, in dieser Gletscherwüste liegt irgendwo ein uraltes Tor verborgen. Es soll zu einem geheimen Gewölbe führen, wo eine Runenklinge namens Frostgram wartet. Wir kamen, um Frostgram zu finden. Aber je näher wir dem Portal gekommen sind, desto mehr Untoten sind wir begegnet. Prinz Arthas, wir haben keine Spur von Malganis gefunden. Einerlei. Er kann sich nicht ewig verstecken. Hauptmann, errichtet an dieser Stelle unser Hauptquartier. Ja, mein Lord. Es muss nur noch zwei Kapitel sein. Und jetzt kann ich... Angriff. Ja, mein Name. Vielen Dank.